Kalte Bäder. Kalte Bäder sind hervorragend geeignet, um das Immunsystem zu harmonisieren. Kalte Bäder sind sehr gut, um die Fettverbrennung anzuregen. Kalte Bäder helfen beim Abnehmen und beim Schlankwerden. Kalte Bäder helfen auch, dass der Blutkreislauf in Gang kommt. Es gibt die Möglichkeit, kalte Bäder ohne vorheriges warm duschen oder vor Warmbad zu nehmen. Viele Menschen werden zuerst sich warm duschen oder ein warmes Bad nehmen und anschließend mindestens Unterschenkel und Unterarme mit kaltem Wasser übergießen. Man kann aber eben auch direkt in ein kaltes Bad hineinsteigen, gerade wenn man einen gesunden Kreislauf hat. Dann können kalte Bäder, kaltes Duschen, Kneippgüssen und so weiter sehr hilfreich sein für die Gesundheit und auch um ein gesundes Gewicht zu haben und auch um den Blutkreislauf in Gang zu setzen. Kalte Bäder können auch hilfreich sein gegen Bluthochdruck, aber können auch hilfreich sein gegen zu niedrigen Blutdruck. Kalte Bäder sind insgesamt eine Stimulierung des ganzen Organismus und helfen daher für eine größere Gesundheit. Kaltesäure